Peace Leute, uns gibt's immer noch. Das Gaming-Abend-Vario und so. Ah, genug Intro. Wir spielen Eyelines. Ihr kennt das Spiel immer noch nicht. Nein. Was passiert, die lernen wir kennen. Eyelines ist, wir spielen jetzt quasi Murmeln mit einer Zwille. Lars, äh, Red Craps, hat das gerade schon sehr schön beschrieben. Okay. Dann okay. Das, da, das erklärt alles. Das erklärt absolut alles. Lasst abwechselnd die Fronks fliegen. Sieger ist, wer am Ende die meisten Punkte hat. Bam. Nein. Wir sind drei Spieler. Und wir spielen... Ich glaub, ja doch, das Roulette ist erstmal ganz cool so. Ja, Touch-Steuerung, Fronks abschießen. Schieße Fronks mit dem Gamepad ab und lass sie auf Inseln auf dem TV landen. Punkte werden je nach Landepunkt vergeben. Fertig. Äh, das Coole an der Sache ist, dass die Physiks total geil sind. Ähm, ich kann einmal kurz das Gamepad in die Cam halten, damit ihr seht, wie das aussieht. Fokus, glaub, fokus. Ich glaub, es will nicht. Doch, doch, es hat, es hat. Ach, du hast. Die Vorschau ist ja nur ein bisschen verzögert, okay. Spielreihenfolge, okay, ähm. Ich bin wieder rot. Ich will blau sein. Dann ist Lars blau. Und ich bin Link grün und Justy ist rot und dann ist das alles cool. Alles klar, vier Runden. Ähm, ich darf jetzt, ich kann jetzt, ich muss jetzt. Okay. Es gibt, okay. Die Viecher sind so geil. Okay, ähm. Also, ihr könnt mit dem Winkel auch unglaublich viel machen. Schaut mal, jetzt, wenn ich das unglaublich hoch halte, dann hab ich, dann hab ich halt ne unglaublich spitze Parabel. Das ist, also, das ist ziemlich cool. Ähm, das Coole ist, ihr könnt natürlich unsere anderen Viecher wegkicken. Cool. Und auf kompliziertere Maps, blaues dran. Das ist, äh, Mr. Krabs. Also, Red Krabs, der blau ist. Red Krabs, der blau ist. Zu dieser Tages-, äh, Nachtzeit. Ist Red Krabs, Blow Krabs. Versteht gerne, okay. Oh, oh, stimmt, ja. Und das Gewicht spielt auch ne Rolle. Ich merk's grad. Ja. Das Gewicht von den Viechern auf dem Wasserteil, die können, das kann kippen. Und die können dann rollen. Obwohl sie eckig sind. Obwohl sie eckig sind. Obwohl sie eckig sind. Also, das, äh, ist, äh, without shit. Und obwohl sie total puddly sind, ist das... Oh, ja, und da landet er erst in der 100, meine Damen und Herren. Das ist das, das ist das harte Stratachika, na? Ey, 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 fick dich. Felles Gewicht. Du behinderte. Bam auf die 50. Ich hab' vergessen, dass das passieren kann. Das wird jetzt... Oh, dein Zug, das bist du. Oh, oh, stimmt, das wird... Stimmt, das wird, das wird neu designt nach Schwitzenleitungen. Der Führende ist immer als erstes dran, damit wir den Führenden noch wegkicken können. Obst? Obst ist gut, du hast meinen Grünen jetzt auf die 100 gekickt. Danke. Nicht schlimm, den kickst du noch raus. Ach, den kick ich noch raus. Ja. Du kalkulierst also ein, dass ich ein wenig mehr trinke, oder? Nein. Okay, Kids. Don't drink, I'm short, boy. Boah, das kommt blau. Nein, 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 nein. Nein. Wiese Schatz. Das ist ein mieses Game, oder? Ich hab's einmal gespielt, einmal, aber... Irgendwie... ...gonna hook on it. Die Musik dabei ist so... Ich weiß nicht, ob entspannt oder nervig. Lars kriegt's nicht mehr hin. Don't drink and shoot, guys, people, kids. Ja, jetzt! Ich krieg's dir alle. Komm, die Nerdfrogs, die Bitchen, alles weg. Es wird... Es gibt mir... Hauptsache, darum höher als rot. Ey, 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 ey! Ey! Oh! Es gehört ein Up-Rating! Du befickte Möwe! Die Brüner der ersten Zucht. Ich werd diese... Ich warte jetzt, bis diese Möwe wieder durchs Bild fliegt. Meine Frongs werden sie töten? Die Möwe und ihre ganze Sippe! Na, ich glaub... Das Glück wirst du nicht haben. Ne, ich glaub auch nicht, aber... Dieses Viech kann ich mit dem Arschlecken. Ich spiel auf Save. Was ist da los? Was? Oh, billig? See! Oh, welches ist da auf extrem? Auf... Auf extrem werde ich spielen. Voll auf extrem. Gebt den Blick. Oh, 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 oh. Und trotzdem? Es sind immer noch zwei bis drei. Ja, Respekt. Ich sage ja, extrem ist meine Welt. Guck mal, wie der blaue Darm salft da unten links. Ja, aber blaue können ja nicht schwimmen, weißt du? Ja, betrunken und schwimmen und so. Aber es ist im Rage-Modus und rot. Muss man erst mal klarkommen, was man nicht so tut, was man sieht. Ja, das ist korrekt. Drauuuuh. Wir spielen auch hart auf Extrem, aber ihr wisst, dass dieses Ding jetzt wenigstwahrscheinlich... Es ist mir so egal. Nimm den roten. Nimm den grünen. Was? Scheiß doch keinen roten. Bist du behindert? Die hat 600 Punkte. Warum kackst du den roten? Bist du eigentlich kacke? Dann fick dich, du behinderte Möwe. Rasse dich. Rasse dich. Nimm den roten. Nun abreden du mich. Mr. Blue Crab, du sagst du. Red. Da ist blau. Da steht blau. Da steht blau. New York City, du bist so bitter. Mach mal. Trommelst du nachまり. Vom constatieren? Das ist fürchten. Das ist fürchten. Da steht traurige Femme. Die traurige Femme. Der weiß nicht. Ich werde diesen Möwe-Anschluss so ficken! Na ja, wir werden sehen, was du tun wirst mit dem Möwe-Anschluss. Nicht viel, ich denke. Wo rotiert dieses Ding hin? Je mehr Alkohol wir trinken, desto mehr in unserer Sprache. Das mag YouTube. Sie werden lieben, was wir sagen in unserer Sprache. Ja, doch. Ja! Egal, fick dich! Nein! 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 Ja! Nein! Nein! Ja! Ja! Maler anderthalb, also man immer nur kurz. Ich kannis Leben. Das ist trotzdem gemein. Du musst die blauen wegtrecken. Ja! Ja! Nein! 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 Ja! 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 Kackenblauen! Kackenblauen! Nein! Wir haben alle verloren. Ich habe verloren. Ach, wie habe ich gesagt. Blau gewinnt. Sollen wir noch mal spielen? Davon gehe ich aus. Und bei Blau gewinnt werde ich jetzt mehr trinken. Neue weg. Achso, wie komme ich da hin? Oh. Ups. Ich habe es kaputt gemacht. Das lässt sich wohl regieren. Ich kürze noch auf, ne? Kurz ist gut. Ja, so rücken. Was? Ja, so rücken wir drehen. Ich werde es schneiden müssen. Aufnahme läuft. Okay, alles klar. Nach der Raucherpause. Bäm. War ja nur Schnittarbeit. Alles klar. Die Waage. Bäm. Prost geht's. So wird gespielt und das kennt ihr schon. Ja. So, der war wer? Oh, okay. Ich bin rot. Du bist rot. Tada. Ich bin wohl blau. Ja. Ja, das bist du, Sir. Ja. Oh yeah. Ja, das bist du. So Leute, die Waage ist, die Waage ist, die Waage ist tricky. Okay. Jo. Diese Waage war oft truf. Wie es aussieht. Ähm. Die Waage ist, die Waage ist reichlich assi, wenn ihr mich fragt. Oh, da ist ein Loch. Warum sagt mir das keiner? Ähm. Na ja, die Waage sagt gerade blau. Äh. 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 Blau ist das Wort des Tages. Äh. Ja, die Waage. Äh. Ähm. Das. Ja. Das. Das Loch habe ich vergessen. Ohne Scheiß. Kann man so einen Scheiß-Franc auf dem Pfeil balancieren? Äh. Aber ein Fronc ist anscheinend... Ein Fronc, ja. Hm. Eine genormte Gewichtseinheit, zumindest für diese Waage. Ja. Was ich tun kann und was ich erstmal werde, ist auf sicherspielen. Possi. Haha. Frau... Bleib hier, du behindertes... Oh. Das war so klar. Ich hatte nicht mal die meisten Punkte. Ich hasse dich. Na komm, wir legen sie gleich auf. Äh. Damit ist das, was wir halt nicht machen kann, immer noch anders. Uh. Ich hasse diese Möbel. Das sehe ich anscheinend auch. Ich habe sie schon bei Nemo nicht gemocht. Und ihr seid... Ich führe. Ich führe. Äh. Was war das denn? Was? Oh. Ich habe gerade mal gespannt. Hast du losgelassen? Nein, nicht. Vielleicht. Shit. Na egal. Komm. Das passiert, wenn man nicht steuert, während man genau hinguckt. Und so. Oh. Daneben. Wir halten die Wache im Gleichgewicht. Findest dein eigenes Spiel nicht? Okay. Ach ja, richtig. Ich führe ja. Tut mir leid. Oh. Nicht schlimm. Bin ich einmal noch draufgelebt. Dann führe ich wieder. Ja, genau. Du hattest es auch. Ah. Ups. Ach, ups. Du hast auf beiden. Frongs. Ist doch egal. Oh. Oh. Ich dachte, die bleibt unten liegen. Das wäre schön gewesen. Ich frage mich immer noch, ob man die auf den Pfeilen balancieren kann. Eine Hitbox haben sie. Wäre epic. Nicht da. Ach, krass. Ja, ich hatte gehofft, ich hau mehr weg. Ähm, ich. Weil ich meiste Punkte. Weißt du noch? Ja, wohl. Die letzte Runde? Ja, okay. Okay. What the fuck. Oh. Versenkt. Okay. 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 Das wusste ich nicht, dass es geht. Das ist lustig. Ich. Ja, grünes nächster. Okay. Okay. Hhhhhhh. Ich hatte diesen Tag weg und kurz wie Ninja. Er ist lustig. Ich vertraue dir nicht, dass du die Äh, Ähh, Äquivalenz wiederfindest. Kannst du bitte... Kannst du bitte... Das war eine Vorschau. Ich wusste nicht, dass es mit dieser Taste auf dieser Tastatur geht. Kannst du bitte einen auf die rechte Platte schießen? Einen einziehen? Nein, dann gibt es Timo. Nur einen. So ist besser. Oh, jetzt ist man da runtergefahren. Du, ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich mag es nicht. Ich mach es. Ja, gut. Passt noch, passt noch. Es ist okay. Es ist gut. Ja, puh. Knapp. Geht klar. Schade. Der grüne Zumbi-Nerd-Franc hat gewonnen. Nein, ich hatte gehofft, dass ich... Wir hatten das Spiel das erste Mal ausprobiert und ich habe es hingekriegt durch Zufall. Ich wusste auch nicht, dass es geht. Viecher auf der 10 zu haben und habe mit dem letzten Schuss, weil ich hinten lag, es ausbalanciert. Es war so cool, aber das ist dann wohl der YouTube-Fluch. Auch bekannter als der Vorführer-Fank. Willkommen auf der Endcard. Abonniert hier, hier, hier und hier. Oder auch nicht.